Hallo meine liebe Händchen, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein spannendes Thema und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Kandare. Aufbau, Verschnallung und ähnliches. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein spannendes Thema und zwar die Kandare. Die Kandare wird eingesetzt ab der Klasse L in der Dressur und auch nur da für Reiter, die mindestens die Leistungsklasse 4 erreicht haben. Warum kann ich euch genau sagen, weil wir vorher, da war es ab Leistungsklasse 5, das heißt das bekommt man, wenn man das Reitabzeichen der Klasse 4 bestanden hat. Da konnte man schon auf Kandare Dressuren gehen und wir haben schrecklichste Bilder gesehen, wirklich schrecklichste Bilder. Es war gruselig, es war nicht nur für die Pferde gruselig, es war für die Zuschauer gruselig, es war für die Richter gruselig. Und da bin ich auch der FN sehr dankbar, dass sie dort einen ganz klaren Riegel vorgeschoben hat, dass nur noch diejenigen, die bereits Platzierung in einer L-Ressur haben, auf Kandare auf dem Turnier starten dürfen. Jetzt noch etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Wenn ihr auf Kandare reiten wollt, müssen folgende Sachen im Vorfeld schon funktionieren. Das heißt, ihr solltet zumindest euer Pferd sicher in den Grundgangarten als auch den verstärkenden Tempi wie Mitteldraht, Mittelgalopp und gegebenenfalls auch starken Schritt reiten können. Ihr solltet die Lektionen der Klasse L mindestens beherrschen und zwar nicht gerade so, dass ihr da halbwegs durchkommt, sondern sicher. Ihr solltet ganz sicher eine ruhige Hand besitzen. Das ist ganz wichtig, zügelunabhängige Lenkung. Ihr solltet ein gutes Gefühl für euer Pferd haben und Anlehnungsprobleme über Gewicht und Schenkel korrigieren und nicht über die Hand. Und als letztes probiert eine Kandare erst dann aus, wenn ihr einen erfahrenen Reiter, Reitlehrer, Ausbilder, Trainer neben euch stehen habt. Weil es gibt so viel zu beachten und es gibt so viele Problematiken und nicht jedes Kandarrengebiss ist gleich. Da muss man sich so ein bisschen reinfummeln, gerade wenn ihr auch ein unerfahrenes Pferd auf Kandare habt. Also das ist nichts, was man mal soeben macht oder nur macht, weil es schick aussieht oder weil ich ein schönes Foto haben möchte, sondern denkt immer daran, mit einer Kandare seid ihr in der Lage, dem Pferd den Unterkiefer zu brechen. Ihr seid in der Lage, schlimmste Verletzungen im Schleimbeutel, im Gnick zu verursachen. Und, 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 und. Deswegen, also hier dieser Appell, ne, auch wenn ich euch jetzt zeige, wie man das Ding verschnallt und wie es funktioniert, es gehört nicht in Hände, die damit nicht umgehen können, ja. Es gibt sicherlich einen Grund, warum viele Ausbilder sagen, reitet dieses Pferd noch nicht auf Kandare. Auch ich habe die schlimmsten Dinger gesehen, dass sich Menschen die Hände bandagiert haben, um die Pferde auf Kandare reiten zu können, weil die Pferde so drückten, ja, finde den Fehler. Ach, da läuft es mir heute noch einen eiskalten Schauer runter. Viele Zungenfehler, Gnickproblematiken, Verspannungen im Rückenbereich und sowas, können durch diese Hebelwirkung ausgelöst werden, die eine Kandare eben halt beruflich mit sich bringt. So, jetzt fragt ihr sicherlich, ja, aber warum gibt es denn dann überhaupt eine Kandare oder warum ist sie in den einzelnen Prüfungen denn dann überhaupt vorgeschrieben? Ganz einfach. Ich bin ja in der Lage, mit meinen drei Hilfen, Schenkel, Gewicht und Zügel, mein Pferd zu formen und auf die Lektionen vorzubereiten. Diese Hilfen sind immer die gleichen. Das heißt, mein Pferd muss dann vielleicht noch eine einseitige Schenkelhilfe, verwahrende Hilfe, einseitige Gewichtshilfe der entsprechenden Lektion zusortieren. Ja, denkt immer dran, auch eine Frau Wert hat nur drei Hilfen. Ja, und jetzt überlegt mal, welche Lektionen alle im Grand Prix nach und nach abgefragt werden. Da ist es wichtig, dass das Pferd diese Hilfen sehr schnell versteht und auch sehr schnell umsetzt. Und die Kandare ist an der Stelle eigentlich zur Verfeinerung der Hilfen gedacht. Das heißt, durch mein Spiel in der Hand mit Trensenzügel, Kandarenzügel, beidseitig, einseitig annimmt, habe ich die Möglichkeit, dem Pferd nochmal differenziertere Hilfen über den Zügel, natürlich immer in Kombination mit Schenkel und Gewicht, rüberzubringen. Und genau daraus soll das Pferd dann die entsprechende Lektion ableiten. Ja, und da seht ihr schon, das ist ganz, ganz diffizil und deswegen gehört das auch wirklich nur in erfahrene Hände. Seid da auch nicht so ungeduldig, sondern da überlasst bitte auch euren Ausbildern die Entscheidung, wann ihr in der Lage seid, mit einer Kandare zu reiten und wann noch nicht. Weil eine Hand, die schlägt, wird sich doppelt und dreifach vorne widerschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir nur so laufen. Eine Kandare, die falsch eingeschnallt ist, veranlasst das Pferd damit zu spielen, eventuell die Zunge zwischen die Gebisse zu stecken, damit sich das Zungenbändchen abzuquetschen und ähnliche Sachen. Ja, also bitte da, holt euch auf jeden Fall Hilfe, probiert es nicht selber aus. Zum Thema Zugeführung und Kandare werde ich nochmal was extra machen. Ich beschäftige mich heute ausschließlich mit dem Aufbau und wollte so ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht einfach jetzt lossaust, euch eine schöne Kandare kauft und da nette Fotos mitmacht, sondern denkt immer dran, eine Kandare ist mehr oder weniger, hätte ich beinahe gesagt, waffenscheinpflichtig und dementsprechend auch nur in sehr behutsame und sehr besonnene Hände zu geben. Auch das wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Dann schauen wir uns das Ganze auf dem Turnier mal an. Wir sind hier in einer M-Dressur, die wird für gewöhnlich immer auf Kandare geritten. Hier geht es darum, dass das Pferd die Lektion absolviert und über schwingenden Rücken oben in die Hand des Reiters hineintritt mit seinem Genick und dabei im Kopf möglichst ruhig bleibt, sich nicht im Genick verwirft, nicht auf eine Vorhand wirft, sich in den einzelnen Wendungen nicht eng macht und ähnliches. Das heißt, das Pferd sollte sicher vor den treibenden Hilfen des Reiters stehen, wenn es mit Kandare geritten wird. Kandare kommt übrigens aus dem ungarischen Kantare, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, und bedeutet eigentlich nur Zaumzeug. Versteht sich von alleine, weil damals, ich denke mal, ist ein Begriff, der so im Mittelalter geprägt wurde. Frühs Mittelalter war es leichter für die Schmiede, Stangengebisse zu schmieden, als Tränsen mit einem Gelenk da drin. Die kamen dann erst später. Nur hier kann man gut erkennen, dass das Pferd ganz vertrauensvoll an die Hand herantritt. Schauen wir uns die Kandare mal etwas von da an und gehen mal auf die einzelnen Bestandteile ein. Als erstes haben wir das Genickstück, klar kennt ihr von der Trense, das Stirnriemen auch, dann kommt das Reithalfter, entweder ein englisches oder ein schwänisches, natürlich ohne Sperrriemen. Hier haben wir zwei Backenstücke, jeweils einmal von der Unterlegtrense und einmal von der Kandare. Der Kehlriemen, dann haben wir hier die Unterlegtrense, die ist immer etwas dünner als ein normales Trensengebiss. Wir haben das Kandarengebiss und wir haben eine Unterlegkette. Diese Unterlegtrense ist eigentlich dazu da, dass das Kandarengebiss überhaupt eine Wirkung hat. Wenn ich am Kandaren züge leicht ziehe, dreht sich die Kandare im Maul des Pferdes, damit bekommt das Pferd Druck im Genick und gleichzeitig habe ich einen Hebel unten an der Kieferlade. Und genau das ist das Gefährliche, damit könnte ich dann den Kiefer brechen. Hier nochmal Unterlegtrense, Unterlegkette und die Kandare an sich. Die Unterlegtrense wählt man für gewöhnlich etwas dünner. Sie ist auch immer ein Zentimeter breiter als üblich. Und wenn man sie einschnallt, sollten hier immer die klassischen zwei kleinen Falten am Maulwinkel sein. Wie ihr sehen könnt, die Kandare ist etwas da drunter geschnallt und diese Haken am Rande waren für die Unterlegkette. Das Reithalft dann natürlich wie immer zwei Finger breit unterm Jochbein. Dann haben wir einmal hier den Kandarenzügel und das ist der Trensenzügel. Der Kandarenzügel hat meistens oben so eine Schlaufe, damit man den auch beim Nachfassen immer sofort erkennt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr seht mir auch meine Meinung ganz zu Anfang des Videos etwas nach. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.